Hallo ich bin der Christoph. Hallo ich bin der Bene. Hallo ich bin der René. Ich bin die Hanne. Ja wir sind die Bootsmannschaft von der Wasserretter Krems und freuen uns auf eine gelungene Frauenstelle. Wir sichern an und für sich die Passagiere, die sich in der Nähe vom Wasser befinden. Es sollte wirklich der Vorfall eintreten, dass jemand ins Wasser fällt. Dass wir das absichern und hoffen, dass die Veranstaltung so wie jedes Jahr gelungen ist. Und dass es nicht so wie letztes Jahr ein Zwischenfall war, wo etwas passiert ist. Es war zwar im Landbereich und im Fährbereich, aber darum sind wir da. Und hoffentlich bleiben wir trocken. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Star Nacht. Garnt! Garnt! Garnt!